So hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Looney Tunes World of Mayhem. So wir schauen jetzt mal hier ganz kurz rein. Ich will jetzt ein paar Angriffe machen. In der Hoffnung, dass ich den Duffy Duck dann eigentlich bekomme. Eins, zwei, drei. So das wäre der hier. Da würde ich fünf. Habe ich ja schon. Das macht ja mir nicht Sinn. So Reasons, Absolvierer hat Showtag. Da bekomme ich auch den Duffy Duck. Hier unten bekomme ich auch den Duffy Duck. Das will ich aber gar nicht. Jetzt besuchen. Jetzt holen wir uns erstmal den da. Für einen täglichen Anwältebonus. Den Zern. Ich weiß nicht, wie er noch hat. Fünf Sterne. Null von 50. Null von 100. Epischertum. So hier bekämen wir. Machen wir das nochmal schnell auf. Looney Kiste. So. Da habe ich noch eine Nachricht bekommen. Kriege ich jetzt jeden Tag. Ah ok. Wir dürfen fünf Kisten. Wir müssen jetzt hier mal schnell reinschauen. Mal legen wir dich haben. Was fehlt mir denn da noch? Drei von 50. Was? Die Janie zusammen. Aber hier fehlen wir. 57 von 100. Und da. Drei von 100. 2. 3. 3. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 10. 7. 8. 8. 10. 9. 10. 10. 11. 11. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was haben wir hier überhaupt, bei diesem Feiertagspaket, kostenloses Geschenk, das brauchen wir jetzt auch nochmal, auf 50 Feiertagsmarken, Feiertagsrat, 4 Tage noch, kann ich einen Dreh, kann ich machen. Nein, habe ich nicht gedacht, was ich da bekomme. Hat nicht gereicht. Das ist ok. Wohnt sich nicht wirklich gar nicht. Wenn es was zu machen. Ich habe jetzt einfach nur mal eine Aufgabe anfangen. So, Tuneups. Wollen wir mal bei dem von mir als Tune. Tuneup 10. Tuneup 10 nochmal. Dann gehen wir noch mal hier unten rein demolieren, das kostet ja nicht ganz so viel. Was fehlt mir jetzt noch? Jetzt muss ich noch bald. Weil der da unten kann ich auch noch was machen hier unten. Eins, zwei, drei. Und das geht nicht. So. Jetzt gehen wir hier hin zurück. Das müsste jetzt eigentlich dann reichen. Tune Up Neuling, genau. Oder das. Weil ein Feiertals tun. Das ist ja lustig. Ich hab da gar keinen Feiertals tun. Tagesziele. Drei Immersionskämpfer. Dann machen wir doch die gerade mal schnell. Und dann sind wir erstmal durch vor Ort. Das heißt also wir fangen jetzt hier an. Machen dann Angriff 10. Und jetzt erstmal Blenden. Und den nehmen wir gleich aus dem Grund. Soll ich jetzt auch reichen, dann ist der schon mal weg. Verhöhnen wir den. Ja, der zieht schon gut weg. Oh mein Gott. 90 kritischer Schaden. 43. Jetzt noch einmal. Damit ist der auch raus aus dem Rennen. So Eddie das Gang. Beziehungsweise Peepil das Gang. Ja und jetzt kommt er mit seiner Gasattacke. Er lebt immer noch. Es ist unglaublich. Holy shit. Wenn es dumm läuft. Den blende ich jetzt erstmal. Zack. Jetzt müssen wir jetzt betäuben ihn. Damit habe ich dieses Match gewonnen. Zwei Sterne immerhin. Wenn es zwei mal dafür gibt. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Angriff rüber. Komm. Naja schauen wir mal. Das Dorfkapitel. Den hatten wir jetzt schon. Dann nehme ich mir den hervor. Alter Vater. Dann muss ich den jetzt noch aus dem Rennen. Dann nehmen erstmal. Der ist schon mal raus. Das war jetzt sehr sehr wichtig gewesen. 38. 52. Ja. 62 kritisch. Der kommt jetzt mit der Gasattacke. Da bin ich jetzt eigentlich. Ganz ehrlich mal. Doch ein bisschen froh. Jetzt müssen wir Peepi loswerden. Peepi loswerden. Peepi ist raus. Jetzt haben wir nur noch ihn da. Josemite. Das war's. Gut. Damit haben wir das geschafft. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich mach mal. Ich mach mal Duffy Polizist und der. Jetzt muss ich mal Duffy Plane System da Jetzt muss ich mal Duffy Plane System da Ich muss mal Duffy Und Juni schätze noch Ich muss mal Duffy Ich muss mal Duffy Alles gut Das war der Duffy, oder? Das war die Duffy So, dann machen wir noch einen Kampf jetzt hier und gucken wir mal ob wir den auch noch gewinnen können. Das weiß ich jetzt nicht, das werden wir gleich sehen. Könnte unter Umständen ein klein wenig problematisch werden. Schauen wir mal. Boah, alter Vater, hat er den gleich richtig einzumachen? Das war jetzt nicht gut. Oh mein Gott, ich muss jetzt gleich wieder machen, dass er weg ist. Einer weniger, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Boah, Jesus, Maria und Josef. Ich verwende den jetzt mal, die Täube den jetzt mal, dass er nicht mehr angreift. Oh mein Gott. Kritischer Schaden, jetzt ist die auch weg. Das ist ganz wichtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war jetzt mal eine ganz krasse Geschichte. Oh mein Gott. Das müsste eigentlich reichen. Muss man mal schauen. oh mein gott alter jetzt müssen wir es geschafft haben das war echt eng so das haben wir auch ey dann machen wir doch das hier 2 erst mal den außen ran nehmen auch gleich drauf das war jetzt weniger gut ja 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 Ich hoffe es ist jetzt da der erstmal weg. So, jetzt muss ich ihn mal einfallen lassen. So, damit ist der jetzt auch raus. Geschafft. Come on. Okay. Okay. Da war ich den noch an Wer nicht mehr lebt, der kann nicht mehr hochgehalten werden. So, dann ist der schon mal weg. Ja, genau. Weg mit der. Ich mag es nicht, wenn hochgehalten wird. So, jetzt ist die schon mal aus dem Rennen. Jetzt kämpfen wir direkt gegen. Und das ist jetzt doch einfach. Und das war's. So, die öffnen wir gleich mal. Bronze Liga 9. Okay. Wir haben auch noch was geschafft. Was fehlt mir jetzt noch? Drei Herausforderungen abschließen. Oh mein Gott, was soll ich denn damit anfangen? Diese Truppe hier. Diese Gurkentruppe. Das kann ja eigentlich nichts werden. Na gut, schauen wir mal. Das kann ja eigentlich nichts werden. Nein. Na, kann ja vormals verladen werden. Die muss weg erstmal. Was ist das? Das war's für mich. Das war's für mich. Dann machen wir erstmal das hier an, kapot Verteidigung hoch. Damit ist die schon mal was brennen. Damit habe ich jetzt noch einen Heiler? Ja nicht mehr. Sollte reichen, ja. Machen wir das nochmal, alle heilen. So, und jetzt hast du ein ganz, ganz böses Problem. Mit zwei Heilen. Ja, das werde ich nicht schaffen. Zwei Stück brauche ich jetzt. Ich mache jetzt hier nochmal Autosieg. Dann mache ich nochmal Autosieg. Und dann habe ich es. Damit habe ich meine Aufgaben für heute geschafft. Ich klicke jetzt noch ein Ticket. Mit dem Ticket kann ich jetzt noch einen Pull machen. Ich bin jetzt noch in Stufe 12 aufgestiegen. Hier kriege ich noch über. Was ist das? Farmland. Okay. Okay. Aber ich habe was beim Re-Atomisator eben gerade gehabt. Gehen wir mal da drauf. Hier kann ich nochmal fünf machen. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Hier nochmal ein. Hier nochmal eine Kiste. Hier muss ich einen Liga laden. Farmer Hector. Die verfügbar 5 bis 8. Mit Umständen könnte ich den Farmer Hector bekommen. 6 von 10. Ich komme jetzt nochmal. Jawoll. Jetzt habe ich wieder einen neuen bekommen. Einen neuen Thun. Ich bin schon mal froh, wenn ich das kriege. Macht mir Spaß. Ich bin jetzt noch so ein Sammler. So. Was haben wir hier? Oh. Geil. So. Thun kann aktiviert werden. Das ist der Farmer Hector. Hey. Schauen wir uns mal an. Aufstieg. Können wir gleich hochpushen. Was? Maximal. Nein, ich bin jetzt überraschend��. Es ist ein Sieger. Das ist der Farmer. Können Sie für ihre Erwärmung in den Farmer. Das ist ein Sieger mit dem Farmer. Das ist der Farmer. Ok. Ich will hier nochmal gucken, ob wir da noch was bekommen dafür. Auch einsammeln. Auch noch was bei den Missionen. Auch noch einsammeln. Wie viel habe ich denn jetzt von den 63 von 100. Dann habe ich hoffentlich bald den vollen Tagesziele habe ich schon erreicht. So. Hier gehen wir jetzt hin an den Start. Tuns holen. Hier kann ich nämlich noch etwas machen. Ist kein Goldes. Das ist auch nicht. Und Feiertag. Habe ich nur 25. Also wir machen jetzt hier einen Pull. Guck mal was bei dem Ausflug. Ah. Ok. Ja Leute. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like. Und Glücksritter. Pracht von 9. Lasst mal einen. Ach guck mal da. Was ist denn das? Ralf, der Ralf. Cool. Ja wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like. Abo und ein Kommentar da. Und würde mich natürlich schließlich da sogar freuen. Den mache ich jetzt noch schnell. Komm den machen wir noch schnell und dann. So. Ich mache jetzt hier den Angriff erstmal hoch. Dann schauen wir mal, wie es trifft. Erstmal heilen. Dann sehen wir gleich mal. Und... Warum greif ich den eigentlich an? Bin ich denn doof? Was ist das? Oh Alter Vater, das war jetzt hart. Auf den jetzt erstmal drauf. Erstmal den jetzt aus dem Land nehmen wollen. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. oh mein gott nein meine heiler fast da direkt nein es reicht nicht ich werde geklappt das kann doch nicht sein ich muss jetzt erstmal so machen und dann den außen rennen so oh mein gott wieso kann ich dir noch einen genklob Und das war's. Ganz knapp verloren, würde ich sagen. Na gut. Okay, das war's. Also, macht's gut, bis dann und tschüss.